Ich nehme meinen Lieblingskorb, unten Kühlakkus, ihr könnt auch Eis nehmen, Einlegeboden drauf, 28 cm, Durchmesser von der Springform maximal oder kleiner, Deckel drauf. Lieblingskorb schützt nicht nur deine kreativen Kreationen, mit dem Einlegeboden teilst du den Korb in zwei Ebenen, einmal mit 14 cm und einmal mit 10 cm. So hast du unten ganz praktisch genug Steuern für dein Geschirr. Hier noch ein paar weitere wichtige Infos. Wir haben eine Breite von 49,5, eine Höhe von 35,5 und eine Tiefe von 27 cm. Der Korb wiegt etwa 1 kg, was in der Community als sehr leicht und sehr angenehm wahrgenommen wird und er hat eine Traglast von 15 kg. Wichtig, der isoliert nicht nur von innen, sondern auch von außen. Wenn ihr eure Torte da reinstellt, es draußen kalt ist und das reicht eben nicht, der lässt ja die Temperatur von außen nicht rein. Versteht ihr, was ich sage? Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.